Das Reporting des Chi-Quadrat-Anpassungstests nutzt nur wenige Daten aus dem SPSS-Output. Zudem fehlt im SPSS-Output die Effektstärke Coens Omega bzw. Coens W, deren manuelle Berechnung ich im oben verlinkten Video gezeigt habe. Beim Reporting formuliert man zunächst, ob die beobachtete und die erwartete Verteilung oder Häufigkeiten unterschiedlich sind oder nicht. Zu diesem Zweck wird der Chi-Quadrat-Wert zusammen mit den Freiheitsgraden angegeben. Beim Chi-Quadrat-Anpassungstest sind die Freiheitsgrade immer die Anzahl der Ausprägungen der Testvariable minus 1. Hierauf folgt der p-Wert. Und im Falle eines signifikanten Unterschiedes, d.h. Effektes, auch die Berechnung der Effektstärke, Coens Omega. Schließlich wird die Größe bzw. Stärke des Effektes klassifiziert. Idealerweise kann sie in Relation zu ähnlichen Studien gesetzt werden. Hilfsweise taugen Forschungsfeldspezifische oder im Notfall generelle Schwellenwerte wie z.B. von Coen 1992. 3,950 Euro. Vielen Dank.